Hier, dein Zug fährt gleich eins. Wäre super, wenn du dich jetzt mal zum Bahnsteig begeben würdest, denn es geht gleich los. Eine gute Fahrt und alles Gute für dich. Ich bin seit 1993 Sprecher für TV-Dokus, für Hörbücher, für Werbespots, habe beim Radio gearbeitet, habe eine Sprechausbildung genossen und mache diesen Job jetzt knapp 27 Jahre. Es macht sehr viel Spaß und die Bahngeschichte ist natürlich einer der größten Jobs in meiner Karriere bisher. Ich hoffe, dass das alles dann sehr schön klingt, was wir da alles zusammen aufgenommen haben und dass die Reisenden gut informiert sind. Das Gefühl, meine eigene Stimme zu hören, das kenne ich schon. Bisher musste ich natürlich immer Radio, TV oder das Internet einschalten. Jetzt in freier Wildbahn, das wird nochmal was Neues sein und ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt, wenn man dann am Bahnsteig steht und mir selber zuhören darf. Ich werde wahrscheinlich länger am Bahnsteig stehen, als in Züge einsteigen, um einfach mal zu gucken, wie es klingt. Also ich bin gebürtiger Hanauer, somit also echter Hesse, wohne auch mittlerweile wieder in Hessen nach ein paar Exkursionen in andere Bundesländer und fühle mich hier sehr wohl und Bahnansagen auf hessisch. Wir hatten es angedacht. Es wurde dann doch leider von der Bahn abgelehnt, aber vielleicht kommt das ja noch. Das wäre dann hier, dein Zug fährt gleich eins. Wäre super, wenn du dich jetzt mal zum Bahnsteig begebe würdest, denn es geht gleich los. Eine gute Fahrt und alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.